hallo liebe leute hier ist euer eurotrack tv ich möchte danke sagen für die abonnenten die wo immer noch bei mir sind ich bin seit 25 8 2017 gibt es den kanal und ich finde es hammer es werden hier immer mal videos von switch hier hochgeladen wenn sich die leute wundern warum du nicht mehr auf youtube ja weil beides geht nicht weil ich zwitsch kleiner partner bin und ich hatte in youtube leider technische probleme deswegen ging das nicht aber ich finde es ein hammer dass ihr so für mich da seid und die abonnenten wo noch da sind finde ich echt ein hammer jetzt habe ich mal zwei videos hochgeladen von vodafone wo ich einfach mal meine luft raus mich würde es interessieren findet ihr das super wenn ich das mal erzähle oder soll ich überhaupt sowas noch mal sagen also mich würde es brand interessieren wollt ihr auch mal dass ich mal so sachen erzähle ja mal so mich über video melde findet ihr das gut ich würde da mal gerne konzentriere meinung in der kommentare könnt ihr das gerne aber konzentriere meinung bitte und ich habe ein handicap da kann ich nichts dafür sorry leute und noch mal danke die wo seit 2017 mein kanal ja verfolgen finde ich hammer den gibt es ja jetzt auch schon drei jahre am 25 8 20 oder drei jahre das ist heftig ich bin leider nicht dazu gekommen da irgendeine aktion zu machen sage ich einfach mal dankungs video mache ich jetzt ich hoffe dass es in ordnung und ich hoffe euch geht soweit gut ich wünsche euch einen schönen tag und ja ich bin auch am überlegen wieder so kleine videos zu machen vor produzieren aber ich weiß halt nicht ob euch das interessiert das würde ich gerne lesen in den kommentaren und ich freue mich wenn auch leute meine videos angucken und ja leute wenn es euch der inhalt gefällt würde ich mich natürlich auch um ein abo freuen jo aber es muss nicht sein ich würde mich aber unheimlich freuen weil ich fände es traurig wenn der kanal unter 1000 rutscht weil wir haben nämlich nicht mehr viel buffer wo ich das letzte mal reingeguckt haben waren es 1002 abonnenten ja jo und ich bin ehrlich ich möchte den kanal nicht ins hand setzen weil da habe ich zu viel zeit und mühe reingesteckt weil die wo mich länger kennen wissen ich habe mein handicap und es ist auch nicht so leicht für mich zu spielen für euch und ja alles okay dann wünsche ich euch einen schönen tag und bleibt so wie ihr seid und wir bleiben in kontakt euer eurotrack tv wünscht euch einen schönen tag